Herzlich Willkommen zu einem kleinen Minecraft Let's Play. Und wir spielen heute, also ich weiß jetzt nicht genau wie das Spiel heißt, aber das ist so ähnlich wie Titanfall. Und wir haben hier so schöne Waffen, eine Granate und hier können wir unseren Golem rufen. Dafür müssen wir erstmal eine Sekunde warten. Und wir spielen hier in den Team der IMC. Ich weiß leider auch nicht was das heißt, ich kenne mich mit Titanfall nicht so aus. Aber da sind auch schon unsere Gegner. Und mit Kuh legt man hier schön nach, ein bisschen umständlich, muss man sich jetzt mal dran gewöhnen. Aber ich muss jetzt kurz mal hier was... ja, jetzt. Okay. Und jetzt will da unten... Uuuuh. Die... Komm schon, treff, 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 verdammt. Wir müssen nachladen. Wir haben nur 27... Ey, jetzt feuern die aber auf uns hier. Und wir machen Jump. Hi, Freund. I'm best. Das kommt besser als du. Ich kenne mich mit den Waffen hier aus. Ah, 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 oh, wir müssen nachladen. Nein. Nein. Und das Leben regeneriert sich hier auch nicht. Das ist ein bisschen schade. Aber ist halt so, ne. Oh, 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 der macht mich hier kalt. Ich habe noch ein Herz. Ich habe ein Herz. Ich will nicht gleich sterben. Hau ab. Hau ab, Opfer. Yeah, den hab... Oh, den hat mein Kollege gekillt. Okay. Wir rufen mal... Wir rufen mal... Okay, wir können keinen Golem rufen. Unser Team haben schon zu viele einen Golem. Okay, da hinten ist ein feindlicher Golem. Ey, die Waffe spread aber ein bisschen. Ah, ne, ich bin ja blau. Hups, das ist kein feindlicher Golem. Aha. Mein Fehler. Jetzt können wir unser Golem rufen. Sind hier irgendwo Gegner? Da ist meiner. Da, unser Golem. Also unser Titan, könnte man auch sagen. Hier haben wir unsere Waffen. Da müssen wir einfach Rechtsklick machen und dann werden die abgefeuert. Hier können wir uns reparieren. Habe ich irgendwie noch nie genutzt. Und ja, man kann hier halt nicht sprinten, weil die Hungersleiste ist halt ziemlich niedrig. Ja, man kann springen. Das ist ja auch schon mal was. Yeah. Oh, oh, da hinten war einer. Komm her, ich bin ein Golem. Oh, da ist er. Und wir haben hier auch so eine Rakete. Und halt noch so Maschinenwerk. Oh, den haben wir bekommen. Oh, oh. Ist noch einer. Auf die, nur Leute. Ey, der ballert auf mich. Aua. Komm her, komm her. Nee, kannst du knicken. Und hier lädt man halt auch mit Q nach. Außer die Rakete, die lädt sich alles von allein nach. Jetzt müssen wir mal aufpassen, dass hier kein Golem entgegenkommt. Wo es entgegenkommt. Oder von hinten. Ja, aber haben wir eigentlich ziemlich gute Runde. Und da ist ein freundlicher Golem. Einer aus dem Team. Cool. Jetzt müssen wir mal... Au, da hinten ist ein Golem. Den ballern wir mal. Und jetzt können wir auch hier... Bam. Okay, das dauert leicht. Ab mir. Äh. Okay, da kommt ein Freund. Hi, Freund. Du rennst mir nicht weg. Bleib stehen. Ich treffe den nicht. Nein. Verdammt. Ist der hier drin, ne? Man kann auch mit dem Golem hier schon in die Hälte gehen. Auf dem Dach war einer. Da komme ich nicht ran. Hm. Woher gefunden denn hier Gegner? Sie sind hier fast nur Freunde. Oh, der feiert da oben schön. Da war ein Gegner. Leider ist er weg. Hm. Irgendwie sehe ich hier keine Leute mehr. Hm. Hey, da, 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 da sind ganz viele. Und kein Gegner. Hä? Sind die Gegner irgendwie weg? Ich bin hier auf den Dach da oben, aber da komme ich mit meinem Golem nicht rauf. Das ist doof. Ja, der kommt da ganz... Achso, da ist eine Treppe. Achso, ja, dann komme ich da... Oh, ups. Ja, ich bin ein Golem. Oh, oh. Komm her, komm her, komm her. I will die, I will die Toten. Ja. Ganz locker, easy, ne? Einfach mal raufhauen. Wir campen jetzt ein bisschen. Okay, campen kann man das nicht nennen, wenn man nicht mal weiß, wo die anderen sind. Also, wenn man hier sein Golem raufbeschwört, dann bricht er erstmal durch das Glas. Ähm, Golem ist ja auch nicht leicht. Schade, das war nicht ich. Äh. Wurde ich gerade angeschossen? Von wo? Ich... Was? Hä? Ach, von da hinten, du! Oh, da ist ein feindlicher Golem. Da war unsere coole Attacke. Wir geben auf den jetzt ein bisschen rauf. Komm her. Special. Oh, da hat er es uns auf uns gegeben. Okay, schnell nachladen. Der Golem ist der Schrott. Wahrscheinlich, hoffen wir mal. Ja, da haben wir ihn getötet. Und jetzt müssen wir nur noch den Piloten kümmern. Ja, komm her, komm her, komm her. Komm. Haben wir. Sehr schön. Das war doch mal schön. Da hinten sind welche. Oh, da hinten kämpfen welche. Okay. Hallo. It's Golem time! Scheiße, das war jetzt ganz dumm. Wie mies, einmal hinterrücks hier angreifen. Aber so ist das Leben. Der andere konnte uns leider entwischen. Aber nicht so schlimm. Äh, wir sind hier rausgekommen. Naja, wir laufen einfach mal. Ah, hier. Ich vertraue mich nicht. Äh, golem kriegt kein falscher Hand, glaube ich. Also, haben wir eben nicht bekommen. Den Kill hat er uns geklaut. Oh. Kommt man jetzt jetzt Golem auch hoch? Nee, ne? Oh, 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 von hinten. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Nimm das. Ah, ha, 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 komm her, komm her, komm her, yeah. Oh, ja, du, jetzt auch noch, du. Moist dran glauben. Oh nein, da kommt noch einer. Die müssen sich in der Nachhinein machen. Oh Mann, könnt ihr mir mal... Ah, okay, die helfen mir. Warte. Okay. Komm her, du Blutmann. Ey, den haben wir noch getroffen. Jetzt müssen wir unseren Freund hier helfen. Können wir schnell nachladen, da oben. Komm her, komm her. Ja, den kriegen wir. Haben wir. Ist hier nur irgendwie ein Fight? Okay, gehen wir einmal rum. Und den haben wir. Ey, wir räumen ja hier mal richtig auf. Ich glaub, das ist meine beste Runde. Hi, Freund. Warte, wir müssen so unembäden. Hi, hi. Haltet hi, ja. Space Taxi. Tut es gar... Was? Ich darf nicht so viel singen, ey. Warum singe ich denn so viel? Der... Bam. Aua. Der hat uns auch... Ey, jetzt was? Oh mein Gott, wir sind gestorben. Unser Golem ist Schrott. Ey, wir haben aber lange durchgehalten. Alter. Ich bin hier ganz alleine. Das ist nicht gut. Wo sind meine Leute? Ich muss den Golem platt kriegen. Der dürfte nicht mehr so viel... Okay, da sind wir. Aber wir haben schon 10 Piloten-Kills. Ein Golem kill und erst ein Tod. Also... Kann man nicht meckern. Das ist bis jetzt noch eine gute KD. Lele, gute. Ah ja, okay. Es gibt bestimmt bessere, die hier nicht einmal sterben. Aber das fragt mich nicht wie. Ich frag mich auch, was das ist. Achso, da kriegt man ja Speed-Bonus. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Komm her. Aua, aua, aua. Aua, komm her, aua. Ein Bad Boy. Scheiße, ich muss nachlachen. Ey, schill mal kurz, schill mal kurz. Ja, da bist du nicht wieder. Oh mein Gott, der kriegt uns, der kriegt uns. Scheiße, der hat uns wirklich gekriegt. Oder der hat uns gekriegt. Wo sind wir? Wie viel Leben hast du denn, sag mal? Nee, nee, steht da hier. Okay. Wir können unseren Golem... Okay, da oben ist ein Golem gekommen. Den sprayen wir mal ein bisschen, weil die Waffe sprayt tierisch. Wie man hier auch schön sehen kann. Bum, bum, bum. Jetzt müssen wir irgendwie da hoch. Und man hat hier auch den Doppelsprung. Wie bei Titanfall. Mit zweimal Leertaste hat man den... Äh, war die nicht gerade ein Golem? Der hat den einfach getötet, oder wie? Krass. Das ist... Ah, Rhymeschmode. Das ist... Agro. Wir müssen unserem Freund helfen. Wir müssen nachladen. Okay, das ist Zeit für... Eine Granate. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, nein, nein. Verdammt. Oh, die Golems sind einfach so krass. Jetzt haben wir schon drei Tote. Eieiei. Nehmt das so gut aus. Und jetzt, na? Domi, ich will... Boah, wie lange das auch immer braucht, einen Golem zu rufen. Äh, da ist ein Golem. Ein kleiner Go... Pff, Opfer. ... ... ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.